Das Edgeglas ist ein dynamisches Sonnenschutzglas. Dynamisch darum, weil man die Helligkeit des Glases entsprechend einstellen kann und dadurch den Energie- und Leichteintrag in das Gebäude optimal regulieren kann. Das Faszinierende an der Technologie ist, dass sie in jedem Schallzustand 100%ig transparent bleibt. Dadurch ist ein Sichtkontakt in die Aussenwelt und eine Verbindung mit der Natur konstant gegeben. Die Mieter profitieren von einem hohen Komfort. Erstens haben sie konstante Sichtverbindungen in die Aussenwelt und zweitens haben sie eine sehr höhere Tageslichtautonomie. Gleichzeitig profitieren sie von tieferen Abkosten, weil man mit ca. 20% an der Klima- und Kunstlicht sparen kann. Die Edgeglas-Technologie basiert auf einer 5-fachen elektrochromen Metalloxidbeschichtung. Durch das Anbringen einer geringen Spannung können wir die Beschichtung entsprechend verändern und so die Helligkeit des Glases beeinflussen. Das Edgeglas wird in der weltweit modernsten und grössten Produktionsanlage für Elektrochromes Glas hergestellt. Dort findet vor allem die Applizierung der dynamischen Beschichtung aufs Glas statt, plus der ISO-Glas zusammenbaut. Vor dem Versand von jedem einzelnen Glaselement wird jedes Glaselement noch einmal getestet. Das passiert auf einem Leuchtpult. Dort werden allfällige Imperfektionen mittels Laser nachbehandelt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017